Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von JobTV Südniedersachsen. Bei Fagos Grekon in Eifeld werden Ausbildungsplätze zum Mechatroniker bzw. zur Mechatronikerin angeboten. Was Sie auf jeden Fall mitbringen sollten, sind gute Noten in Mathematik und Physik, sowie ein gutes Verständnis und Interesse für technische Zusammenhänge. Es erwarten Sie eine Reihe von attraktiven Vorteilen und gute Übernahmechancen nach der dreieinhalbjährigen Ausbildung, die Sie für den späteren weltweiten Einsatz im Kundendienst qualifiziert. Auch wer Fachkraft für Lagerlogistik werden möchte, ist bei Fagos Grekon genau richtig. Wenn Sie einen guten Haupt- oder Realschulabschluss haben und Interesse an logistischen Prozessen, dann bewerben Sie sich gern online auf www.fagus-grekon.com.de Die Firma Wolf Service in Eifeld sucht die Steigerung eines A-Zubi, nämlich einen E-Zubi, und zwar für die Fachrichtung Maschinen- und Antriebstechnik. Wolf Service ist seit 60 Jahren Ihr zuverlässiger Partner in Reparatur, Service und Handel rund um Elektromotoren, Elektroantrieben, Elektrowerkzeugen, Reinigungsgeräten und Pumpen. Wer sich angesprochen fühlt, kann seine Bewerbungsunterlagen per Mail senden an info at wolf-service.de. Weitere Infos gibt es unter www.wolf-service.de. Das Johanniter Krankenhaus in Gronau sucht zur Verstärkung des Therapieteams eine Physiotherapeutin bzw. einen Physiotherapeuten in Voll- oder Teilzeit. Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an die Johanniter Krankenhaus Gronau GmbH, Johanniter Straße 1-3 in 31 028 Gronau. Das Herrenhaus Winzenburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Koch bzw. eine Köchin. Sie sind verantwortlich für die Vollverpflegung unserer Gäste, ca. 60 Personen, und kümmern sich um alle anfallenden Arbeiten in der Küche. Die Einstellung erfolgt in Voll- oder Teilzeit nach Absprache. Dienstende ist übrigens spätestens um 19 Uhr. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich gern. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Pflegeheim Herrenhaus Winzenburg GmbH oder per Mail an info at herrenhaus-winzenburg.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Knoke unter der Rufnummer 05184 94 00114 zur Verfügung. Alle Anzeigen finden Sie natürlich wie gewohnt auch nochmal in Ruhe zum Nachlesen auf unserer Webseite www.leinebergland-tv.de. Und wenn Sie stets auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Facebook, YouTube, Instagram und oder Twitter und schauen Sie auf unsere Webseite. Dort gibt es neben den Videos auch noch weitere Infos aus unserer Region. Porträts von Unternehmen, Jobanzeigen, Pressemeldungen und vieles mehr. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, lassen Sie uns gern einen Like da.